Hallo zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute machen wir mal einen absoluten Klassiker, ein absolutes Basic-Rezept und zwar einen schnellen Kräuterquark. Welche Zutaten ihr dafür braucht und wie das Ganze einfach funktioniert, das zeige ich euch nach dem Intro. Moin, ich bin Yannick vom Foodblog Tasty Bits und heute wollen wir zusammen mal einen schnellen Kräuterquark machen. Und wie immer beginnen wir mit einem schnellen Blick auf die Zutaten. Für euren Kräuterquark braucht ihr zunächst mal 500 Gramm Magerquark, außerdem 250 Gramm Joghurt. Ich habe hier einen Joghurt mit 1,8% Fettgehalt genommen. Natürlich brauchen wir frische Kräuter oder alternativ geht das auch genauso gut hier mit gefrehrgetrockneten Kräutern. Da könnt ihr eine 8-Kräuter-Mischung nehmen oder ihr stellt euch das ganz bunt zusammen. Ich habe jetzt noch zusätzlich ein bisschen Basilikum, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Koriander, vielleicht noch ein bisschen Schnittlauch, Rosmarin, Thymian und so weiter. Das geht natürlich auch alles. Außerdem für den besonderen Kick gebe ich noch ein bisschen Cayenne-Pfeffer später mit dazu. Weiterhin ein bisschen Zitronensaft, eine Zwiebel, die wir gleich noch fein hacken werden, eine Knoblauchzehe und ein bisschen Senf. Außerdem natürlich noch Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Die wichtigsten Vorbereitungen habe ich schon mal erledigt, indem ich die Zwiebeln geschnitten habe und den Knoblauch fein gehackt habe. Außerdem haben wir natürlich unsere frischen Kräuter. Ich habe hier wie gesagt Basilikum, ein bisschen Petersilie und ein bisschen Koriander, die wir ebenfalls fein hacken. Dabei könnt ihr gerne den Strunk entfernen oder die Zweige von den Kräutern entfernen. Ich will die nämlich nicht unbedingt mit in meinem Kräuterquark mit drin haben. Alternativ könnt ihr aber natürlich auch genauso gut Tiefkühlkräuter nehmen, dann spart ihr euch die Arbeit. Und wenn ihr dann alle Vorbereitungen getroffen habt, dann können wir uns auch schon anders zusammenstellen unseres Quarks machen. Wobei zusammenstellen da eigentlich auch ein bisschen übertrieben ist, weil eigentlich verrühren wir jetzt alle Zutaten miteinander. Also wir nehmen uns hier unseren Magerquark. Außerdem kommt der Joghurt mit dazu. Für den extra Geschmack gebe ich gerne mal noch so ungefähr einen Teelöffel Senf mit dazu. Da könnt ihr einfach einen mittelscharfen Senf nehmen oder gerne auch einen groben Senf. Das fungiert so ein bisschen als natürlicher Geschmacksverstärker, sage ich mal, und passt super zum Kräuterquark. Außerdem haben wir natürlich unsere gehackten Kräuter und die Zwiebeln und den Knoblauch. Das kommt ebenfalls mit dazu. Und einen guten Spritzer Zitronensaft. Ich nehme hier ungefähr, ja nicht ganz eine halbe Zitrone. Das können wir dann noch ein bisschen abschmecken, weil zu sauer soll der Quark natürlich auch nicht werden. Für den besonderen Kick gebe ich noch ein bisschen Cayennepfeffer mit dazu. Einfach eine kleine Prise, nicht zu viel. Der Quark soll ja nicht scharf werden, sondern einfach nur so ein bisschen mehr Geschmack dadurch bekommen. Und Milchprodukte funktionieren mit Cayennepfeffer immer sehr, sehr gut zusammen. Jetzt gebe ich außerdem noch ein bisschen was von meinen Tiefkühlkräutern mit dazu. Wenn ihr frische Kräuter genommen habt, müsst ihr das natürlich nicht. Ihr könnt auch eine Kombination machen. Ich mag meinen Quark gerne sehr kräuterig, deshalb kommt da jetzt eine ganze Menge mit rein. Außerdem natürlich eine gute Prise Salz, eine gute Prise Pfeffer. Abschmecken tun wir gleich nochmal. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch noch einen kleinen Schuss Olivenöl mit dazu geben. Ich mag das immer ganz gerne. Es gibt noch so eine angenehme frische Note mit rein. Ja, und das Ganze wird jetzt gut miteinander verrührt. Und jetzt werden wir auch schon das erste Mal abschmecken. Und wie ich mir jetzt gedacht habe, da fehlt noch Salz und Pfeffer. Und außerdem fehlt mir noch eine kleine Prise Zucker. Der Quark ist ja an sich relativ säuerlich und zusammen mit der Zitrone sowieso. Deshalb werde ich hier jetzt noch eine kleine Prise Zucker mit dazu geben. Da brauchen wir aber gar nicht viel. Das soll jetzt nicht so süß werden wie eine Remoulade beispielsweise, sondern einfach eine kleine Prise davon. Das ist vollkommen ausreichend. Alles nochmal gut verrühren. Und jetzt habe ich noch einen guten Tipp für euch, denn euren Kräuterquark, den solltet ihr jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen durchziehen lassen, damit sich alle Geschmäcker gut miteinander verbinden können. Ich würde mal sagen, lasst ihn so ein, zwei Stunden durchaus im Kühlschrank durchziehen. Gerne auch länger. Mir schmeckt er immer noch deutlich besser am nächsten Tag. Und wenn euer Kräuterquark dann richtig schön durchgezogen ist, dann könnt ihr ihn servieren zusammen mit leckeren Bratkartoffeln, mit einer Folienkartoffel, zusammen mit einem selbstgebackenen Brot, wie zum Beispiel einem Ciabatta oder auch einfach auf Knäckebrot. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, wie euch der Kräuterquark geschmeckt hat. Und hier kommen noch ein paar weitere Videos für euch, ein paar weitere Rezepte. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.